Willkommen zu Let's Show StarCraft II Mods. Wir spielen Fastest Map Possible vs. 0.8 von Tire. Ich bin Schlaumeier und ich spiele mit Headhunter. Hi! Ah doch, er sagt Hi! 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 Und das ist ein Remake of eine sehr berühmte Map vom originalen Spiel, aber mit ein paar Verbesserungen. 2 bis 8 Spieler, Unlimitierte, Reichheit an Mineralien. Ja, und es kommt keiner rein, weil das so eine coole Map ist. Nee, kann man es auch machen, weil es 1 gegen 1 ist, oder? Machen wir halt 1 gegen 1. Das steht ja ganz aufs 8. Muss ich aber noch beenden. Juhu, ich bin der Host-Lobby. Komm rein. Ich lade dich ein, warte. Nein, du kannst das nicht mehr ändern. Ich muss neu aufmachen. Nein, 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 ich kann das. Warte. Das ist doch 4 gegen 4. Ich kann einfach dieses Team hier duschen. Irgendwie. Das hast du doch vorher hingekriegt. Wie hast du es gemacht? Ja, weil ich es ja noch nicht veröffentlicht habe. Ach so. Ach so. Okay, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme und ich nehme wieder auf, wenn es losgeht. Bis dahin. Und dann machen wir 1 gegen 1. So, äh, ja, jetzt geht es weiter. Ich nehme wieder auf. 1 gegen 1. Ich bin der Overlord, der alles fertig macht. Overlord of Doom. Ah ja, ich brauche mehr Mineralien. Ja, schon wieder. Find ich nicht nett. Wo bist du? Oben unten, Mitte rechts links? Nein. Wenn du es mir sagst, sag ich es ja auch. Okay, ich bin oben. Und du? Weiß ich nicht. Und guck auf die Merkd. Wenn du jetzt nicht sagst, dann... Dann hast du hier verloren. Dann mach ich dich fertig. Sag jetzt. Sag, hallo. Sag sofort, wo du bist. Sag es mir, ja? Bist du wirklich? Nein, du sagst es. Du bist ein... ...delender Cheater. Was hast du noch mal gesagt, wo du bist? Sag ich dir nicht. Ach so, okay. Ich bin in der Mitte. Ähm... Zernaga, Zell, Naga, Tower, Zell. Am Zellentower. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist mir eigentlich auch egal. Wolle ich sowieso gewinnen, von daher. Brauche ich den gar nicht. Ich bin gar keine Chance. Es hat mir eigentlich nur ein Mineralienfeld und vier Wisslingeysiere. Waren die nicht doppelt, dreifach, fünfzehnmal. Ne, die waren nicht doppelt, dreifach. Fünfzehnmal, vier. Schneller ab. Boah, die spacken ja voll ab, wenn die zu zweit auf einer. Nein. Drehen ja völlig durch, Junge. Da ist ja alles futsch. So, wau mal schneller ab hier. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich hab nicht ewig Zeit. Gut, die kommt rein. Schneller, schneller, schneller. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Und, baust du dir denn dein zweiter Base? Vielleicht gleich. Vielleicht gleich. Das ist eine sehr gute Aussage. Da kann ich sogar was anfangen. Gleich vielleicht. Muss ich auch sagen können. Na okay. Bau ich hier etwas hin. Ich hab die Mitte eingenommen. Cool. Grafidieren. Dann muss ich mir jetzt einen neuen Miningplatz suchen. Oder? Ist doch so. Nein. Ist doch so. Und, bist du der Worst Scout Ever? Kennst du das Video? Nö. Schade. Schlecht. Bist du hier? Nein. Alles lustig. Muss man einfach mal bei YouTube eingeben. Worst Scout Ever. Jo, muss ich mal machen. So, jetzt am besten. Ich geh jetzt auf YouTube schnell. Schnell, ja. Gell, schnell? Schnell, gell. Okay. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du mich ziemlich aufregst. Das ist meine Taktik. Ich muss dich ablenken und dann hast du keine Chance gegen mich. Scheiße, jetzt hab ich wegen deiner Ablenkung vergessen, mein... mein... mein Zeug zu bauen. Eben. Guck. So, alles. Alles voll korrekt. Alles voll korrekt. Alles voll korrekt. Alles voll korrekt. ichtig. Dass die hier nicht doppelt so schnell bauen. Das wäre schon mal was nettes. Es sind hier zwei unarbeitende Unarbeiter. Ich frage mich immer noch, wo du bist. Ich bin halt im geheimen Geheimpunkt, weil mir das dann geheim stützt. Ich hab dich! Wie das? Ein Overlord hatte ich gesehen. Das ist ein dummer Overlord. Voll der Loser. Ich finde meine Overlords cool. Die sind immer so nett zu mir. Ich finde, die sind böse zu dir. Nein. Ja, meine Overlords, die sind nicht ganz so gut. Ich mag lieber die Drohnen, die sind cooler und so. Ja! Ja! Painlings vs. Circling. Das war geil. Okay, hake ich ab. Fail. Okay, dann baue ich jetzt auch um. Mineral waste. Na, du hast ja hier so wenig, gell? Ja, ich hab nicht sehr viel. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Mineralien-Shop. Ja, ich pump wenigstens nicht so wie du. Ich pump doch auch. Ich pump nur auf die langsame Art. Jetzt zeig dir mir die ganze Zeit an, wir brauchen mehr Mineralien, wir brauchen mehr Mineralien, wir brauchen mehr Mineralien. Was soll ich denn dran machen? Welche kaufen beim Mineralien-Shop? Beim Händler. Ja, Mineralien-Shop. Ich geh grad deine Base scouten. Cool. Du kriegst nichts davon mit. Wie machst du das? Finde ich ziemlich cool. Wie macht er das? Geheimtaktik. Hä? Geheimtaktik eben. Das ist ein Cheater. Genau. Das ist meine Geheimtaktik. Das kriegst du zurück. Klick, 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 klick. So. Ja, was jetzt ist. Ping macht extra Schaden. Ich ping dich grad zu. Cool. Danke. Das ist nett von dir. Aber du kriegst dich ja raus. Das ist doch voll asozial. Ich spiel immer so. So asoz. Ja, genau. Asozial-Spielen ist aber asozial. Das weißt du schon, oder? Ja, ich weiß. Ah, da bist du ja. Ich seh dich. Woher kommst du? Das ist nicht gar nicht. Jetzt muss ich nur noch seine Base finden. Hier vielleicht. Wer weiß. Gucken. Landmiles, landmiles. Ahem. Ahem. Der kann auch was nicht. Du musst jetzt erstmal deine Banings stoppen, die ich eben gesehen hab. Fand ich nämlich gar nicht so. Warum gehst du auf das gleiche wie ich? Ah, ja. Er geht auf die Luft. Ah, ja. Er geht auf die Luft. Da hab ich noch Arbeiter. Ja, ich gewinn aber. Das weißt du schon, ne? Ja, ich hab gleich Glück gehabt. Ich hab ja noch einige Gebäude, die du nicht zerstörst. Alter, da sind ja Mutters, die mich angreifen. Ja, meine geheimen Mutters, die sind viel besser als deine Mutters. Hauptsache, der hat hier zwei Hedges. Ach, die machen nicht fertig, die kleinen Typen. Ah, ne, doch nicht. Scheiße. Ist der ein Cheater. Irgendwo ist es eine Queen, aber ich sehe sie nicht. Echt? Cool. Ja stimmt, meine unsichtbare Queen, die macht dich fertig. Ich hab doch gerade eben Queens gehört, oder nicht? Ja, das war deine Queen, die ist gestorben. Bist du in meiner Base, oder was? Ja. Siehst nicht? Bist du echt in meiner Base? Dann upgrade ich in der Zeit noch. Nein, muss ich. Während ich hier im Beginn bin. Okay. Na gut, das war ein Fail, aber ihr habt gesehen, wie toll diese Map ist. Ey, die hat sogar schon HD StarCraft gespielt. Also, ist doch ruhig. Ja eben. Bis zum nächsten Failwin, was auch immer. Ey, nein, nicht bis zum nächsten Failwin, die sollen wenigstens noch sehen, wie du richtig bist. Nein, ich guck weg. Aha, die seh das nicht. Ich guck weg. Was anderes viel interessantes an meine Overlords. Guck mal, wie sie fliehen. Ah, scheiße, Niederlage. Okay. Oh, ich war besser. Ich hätte nur verteidigen sollen. Umgleichst. Ahem. All die ganzen Painlings hätten wir, haben wir fatal reingekommen. Ja, ich hab sogar mehr Punkte wie du. Habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ja, aber knapp knapp. Da fahr' ich ja wohl. Naja, ich weiß nicht, meine Zurzen. Ja, weil du hattest halt die bessere Überlebenspläne. Die Painlings haben deine ganze Base zerstört und dann auch nichts mehr. Ja, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab's. Vielen Dank.